So Ninjas, werden wir mal versuchen den normalen Run mit dem Naruto-Bild zu beenden. Ich bin gespannt. Hm. Was hatte ich denn nochmal? Durch des Profits. Ah, Krit-Treffer, nachdem ich Gold gesammelt habe. Drei Sekunden. Zumal mal Sturmangriff, Blutung. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen was. Die Killer-Karten hatten wir noch. Was waren die denn? Eins plus plus gerade mal. Aua. Gibt es? Uiuiui. Hm. Welchen Level befinde ich mich? Alte Kanalisation. Okay, wir haben noch ein bisschen was vor uns und wollen die Kaverne, oder? Die können wir ja jetzt rein. Da weiß ich noch nicht mehr, ob wir durch das Heiligtum da hingekommen sind. Ich glaube aber schon. Heiligtum und dann irgendwie hier hin. Okay, dann lasse ich dich erstmal noch liegen. Oder bin ich jetzt... Kanalisation? Wartet ja gleich ein Bosskampf, oder warum kommt hier nichts? Ah, ich habe Krähenfüße. Genau, da gucke ich auch nochmal rein. Krähenfüße aller Gegner, in denen Geschosse stecken. Ich hoffe, damit sind Wurfmesser auch gedacht. Okay, okay, okay. Naruto. Naruto. Aua, stimmt. Okay, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Das ist alles neu. Nach einer Weile. Oh. Oh. Mh, 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 mh. Shit. Oh. Oh. Ich liebe, dass ich die Kunais in diesen Winkel schmeißen kann. Elite Gegner. Okay. Und weg mit ihr. Äh, äh, okay. Schaden durch Geschosse. Yep. Ähm, hier hat... Ne, da hoch muss ich nochmal. Vier Zellen erforderlich. Mano. Mano. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, ist ja gut jetzt. Ey, komme ich immer noch durch? Schwede. Medikit. Das andere muss ich mir auch beitolen. Ähm, nö. Da geht's. Tö, 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 tö. Da geht's. Oh, Repetier. Ach so, die Stoppe, die kann ich gar nicht in den Rucksack stecken. Und ich bin ja auf Rot noch. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Ah, schönes Ding. Ah, ich gehe auf Lila und bin bei Rot. Hätte ich doch die Repetierarmbrust nehmen können. Okay. ... ... ... So, jetzt gehe ich erst mal... Ist das noch ein Teleportpunkt? Ach ne, das war das, genau. Da gehe ich erst mal kann ich nicht an den Start, oder was? Ich konnte doch... Ich konnte mich nicht an den Start teleporten. Was ist da denn los? Das wird ja wieder ein Chaos. Naja, da war es das wohl mit den Runen. Ich habe einfach wieder zu lange Pause gehabt. Ah, genau. Der Dolch war farblos. Deswegen konnte ich das alles so nutzen. Und der Zermalmer auch? Der ist auch farblos. Der geht also nach meinen höchsten... Okay, okay. Dann ist jetzt Lila angesagt. So, nochmal hier schauen, da schauen. Und... Heiltrank. Wart mal Zeit. Bärenfalle. Sehr gut. Für die Bosse extrem wichtig. Okay, das war's. Hm, nix. Nix. Okay, Leute. Holpriger Start. Bärenfalle. Bärenfalle. Sprint. Nach oben und nach unten. Ah, 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 ah. Muss dran denken, dass ich die Kunais auch im Sprung nutzen kann. Und das im eigentlich jeden Winkel. Kanone. Hm, nee. Die schießt eigentlich zu langsam. Also die FPS, die das Ding raushaut... Aua. Das Ding raushaut... Ist... Okay, bringt mir gar nix. Na komm raus. Okay, Leader Time. Da geht's noch lang. Aber ich gehe erstmal nach unten. Und dann habe ich nämlich den Spaß abgeschlossen. Was ist das hier? Drei Boss-Seelen, sagt mir das doch, oder? Alter Verwalter, wie viel ich jetzt hier finde. Taktik. Ja, das ist doch ziemlich Naruto eigentlich. Gehe ich noch was Besseres? Nee, das ist nicht Naruto. Gut, dann lassen wir das doch. Oder? Wo komme ich nochmal? Wird immer teurer, wird immer teurer. Nee, 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 nee. Dann doch lieber die Bärenfalle. Au! Hallo? Mach auf! Oh, 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 oh. Hm, hm, hm. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. Das hat mich erschrocken. diese Pentacle Sparkle ja genau du spawnst natürlich da wo ich aufkomme gib mir Russia Instinct das würde ich doch jetzt noch ein bisschen nach rechts komm hier ein bisschen ja ja fein schönen guten Tag ich bin's mal wieder shit negativ das mach ich halt so wenig Gold sammeln das ist wohl aber man weiß es nicht ein besseres Kunai 5 plus 6 plus wegen einer Stufe 3 5 ausgeben macht das Sinn Tentakelino Tentakelino Elektropeitsche auch nicht Naruto sorry ich bin wieder weg 47% so jetzt hab ich 3 Schlüssel Fächer ätzende Wolke Brechstange Naruto mit Brechstange wäre natürlich was na gut dann ich weiß grad gar nicht ob ich die Zellen überhaupt verwenden könnte nehm ich halt dich für 1000 da oben geht's dann zum Boss mach ein Schlüssel ja dann verkaufe ich halt jetzt noch schnell die Kunai holen ich mein wir haben noch ein paar Level garstig garstig so garstig okay alles erledigt alles erledigt ja am Anfang braucht man so ein Level um sich wieder einzugrooven auf die Steuerung Gentleman Outfit aha Opfer vergiftet hab ich mit meinem Medaillon nicht Vergiftung ja das ist doch so schon mal super da kann ich doch drauf gehen Vergiftung Vergiftung ist also hiermit erledigt gegen betäubtes Ziel mhm bewegungsunfähig das ist nicht Betäubung mhm 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 Blutung Vergiftung geh ich jetzt dich lass ich erst mal so da hätt ich gerne neue Waffe das heißt dich modifiziere ich nicht gegen Gefroren Opfer frieren Gegner ein okay okay Kombi Kombi Vergiftung Erfrierung Gefroren den Rest würde ich einfach erst mal behalten oder ich mach hier nochmal was Neues aber dann müsste ich ja hier auch neu mhm gegen den Boss mit Opfer ist halt schwierig ne verbreitet aber auch brennbares ach das ist alles so so kompliziert so lila 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 wenn kein Gegner in der Nähe ist oh ja mit den Kunais 10 Kunais unter Fernkampf ich weiß es nicht vor ist er 5 hat Profile 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 okay das wäre mit Bärenfalle aber ich will ja mit dem Blutungsbild nicht auf das auf Nahkampf gehen wir flink vorbei und rollen und zack und weg Rucksack würde sich lohnen wegen den Krallen lohnt sich aber nicht weil ich keine gute Waffe im Rucksack hab ah das ist immer wieder gut aber bei Gegner bei Bossen ich frag mich halt ist Munition alles wo wie bei Kunais halt diese grünen Kästchen stehen da ist zum Beispiel die Frage wirkt das auch für Statuseffekte für Blutung 32% das sind ja überall Bogen hier ist ein Pfeil abgebildet also dabei ist aber lila ist bedeutet halt Fernkampf deswegen okay pass auf ich probier's wenn nicht wechsel ich halt jetzt darf ich bloß die Heilung nicht vergessen falls ich sie brauch oh garstige Kruft war ich hier schon ja da wartet jetzt ein fetter Boss ah Tentakelmann alles klar da musste ich springen immer in die Ecken Konjunktivius wie keine Munition mehr ja looted eins so jetzt kommt man schön her und bleibt hier hängen und ausweichen ja 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 und wieder mit euch ja das hast du dir so gedacht mein Freund okay keine Munition mehr und Bullet Shooter Party naja ja ja okay Nummer 1 Spinnbruder hilf mir gleich bist du perde ich mein Freund da war er nur noch Staub ich schmelze no okay ähm gut könnte ich jetzt eigentlich nehmen für den nächsten Run da das ja gut ist aber ist eigentlich ja ist eine Stufe besser jetzt im nächsten Run was hast du eigentlich für Skills Opfer frieren ein naja super verfluchtes Schwert so Eis Splitter mhm komplett auf Fernkampf gehen den Deutsch nutze ich gerade eh nicht packe ich also hier rein verkaufe dich und könnte dann Respecken für ähm macht 641 Basisschaden wäre also für den Rucksack gar nicht so schlecht so hab ich hier noch was was ist das eigentlich langsam ja das ist doch schön das ist doch schön Friedhof so jetzt muss ich nochmal schauen wo Friedhof ich glaube nicht dass der Friedhof uns Richtung schlummerndes heilig oh ne nein 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 obwohl da muss ich glaube ich hin um in die Dings zu kommen das ist aber ein sehr 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 ich bin aber agil dementsprechend nehme ich die Herausforderung an ich glaube aber von dort aus komme ich in die Kaverne oder ich weiß das nicht schönen guten Tag einmal bitte aufwerten schaden gegen elektrifiziert schaden gegen brennend opfer brennen wenn sie sterben ja toll bewegungsunfähig ist nicht gleich verlangsamung jawoll jawoll das will ich sehen abverfriert gegner ein gegen brennendes ziel nanananananana ich brenne hier nix nochmal komm ja ui die combo schaden 40% und dann verbrennt nachzerstörung am boden sehr schön sehr schön das lasse ich erstmal so sowas will ich haben es könnte ich sogar nochmal ein reroll machen auf jetzt nein nicht ja dankeschön weil ich glaube dass ich weiß es nicht ich gucke jetzt nochmal schnell krehen füße ja in den geschossen stecken das heißt doch auch teilen schaden unter sich auf macht bei mehreren gegnern natürlich immer sinn für den Boss natürlich nicht gut aber okay ich behalte es mal weil viel Geld habe ich nicht so jetzt wird nochmal herausfordernd bring it come on do it do it now da ist doch schon der erste okay ich sehe schon okay Entfernung und ich darf die Verlangsamung nicht vergessen deswegen heile ich sofort oh man war es das schon ja steh doch auf da der Typ oder hallo 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 und sprung und sprung und Verlangsamung und schwein gehabt schönen guten tag ah Verfluchung ne 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 ich will den Run schaffen ach stimmt ihr schießt ja durch Wände da sehe ich doch schon wieder einen unsichtbaren okay okay immer mit der Ruhe einfach nacheinander die Fähigkeiten spammen und dann wird schon alles gut werden jetzt bleibt er da hängen gib mir Power ja damit da läuft noch jemand immer schön die Flutung arbeiten lassen so kurz um schauen okay ich bin ich bin es mal wieder und und drei mit einmal so na oh schön und super Sprint oh ja der Vorteil der Vorteil ist natürlich von dieser Eisattacke dass die im Wasser noch ein bisschen mehr Damage macht gestärkt gestärkt wieder okay da muss ich alles daran setzen genau die gelben Türen heißen für mich gleichzeitig alles ist zu jetzt portere ich mich zurück zur sicherheit wie viel kann ich irgendwo sehen wie viel mir das ähm wie viel füllung ich von meiner Spaß fiolo noch ab okay okay wir riskieren es okay bis jetzt läuft immer schön rollen für die kremen füße okay ich bin weg okay auf die großen muss ich achten so immer schön im sprung immer schön im sprung bleib im flow naruto immer schön Vorarbeit leisten immer schön okay okay ich kapier's hoch und schönen guten tag jetzt habe ich hier schon ja 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 immer schön span den scheiß immer schön für mich noch eine video okay 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 ich sehe ja schon wieder irgendwelche gelben blitze verschwinde kann ich nicht nutzen schade jetzt kann ich auch runter da kommt auch wieder irgendein fetter boss der war schön rollen keine chance gegen meine ultimative eis kunai combo na komm weich aus das war zu viel des guten das wäre ein oberkill zu wollen okay stimmt bringt mir nix ich muss noch runter in den boss raum als der rote aber erstmal gehe ich noch hier hin da war spamming ihr habt keine chance so ich muss doch immer noch darunter und weg und hier ihr seid alle nolken bis ich sterbe und dann brauche ich meine aussage okay ich brauche ein teleportationspunkt auf jeden fall um zurückzukommen okay ich verstehe ist jetzt der dicke frei er war doch so ein dicker oder ich liebe diesen bild okay da geht es wie es aussieht oh schwein gehabt okay 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 immer mit der ruhe geht es hier richtung tod oder geht es hier richtung ziel immer mit der ruhe wir wissen alle naruto ist manchmal ein wenig überschwänglich ich bin was cooles macht ja nicht mal mehr schaden im falle des rucksacks okay dann zurück öffnen ein zwei ich weiß halt nicht ich habe ja generell schon kann ich noch runter jetzt hier richtung ah elite na gut ich nehme die herausforderung an vielleicht auch nicht na ha 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 wir ziehen den boden mit öl vergiften die gegner die dich verletzen ja ich mag den geschoss schaden aber okay aber ich habe da rot und hier habe ich wenigstens einmal lila schwierige entscheidung wegen den geschoss schaden mit öl schaden brennt öl vergiftung ist okay brauche ich sowieso also ist egal aber geschoss schaden riskiere ohne risiko vergessene grabkammer ne ich möchte in das ich möchte doch nicht in die grabkammer ich weiß halt nicht mehr was die kaverne war ob das das hier war oder ob das das hier war aber es könnte auch sein dass ich von der grabkammer in die kaverne komme naja ich muss ja eh noch mal hier hin und dann da hinten runter dann kann ich mir noch mal die medizin viole holen die war noch mal weiter minimap zeigt mir wo es lang ging die war doch hier oder ja ah ein händler na wow taktik den fetten naruto kick also wenn ich damit gegner gegen eine wand schleudere da bin ich ne also ich bleib dabei mit der eiskombo sehr schön so und jetzt muss ich noch mal weiter zurück da unten die dullis also ich will nicht unbedingt die gegner töten aber ich hätte gern maximale ausbeute bei meinen Verstärkungspergament rollen bleib im flow bleib im flow bleib im flow immer schön mal prädikten noch ein händler ich glaube einfach ich bekomme bei taktik nicht mehr viel den sehenschnitzer könnte ich verwenden ja komm blutung immer schön die blutung rein bremde gegner verbrennen durchbohr das erste ziel ja ist doch super ist doch super okay okay einsammeln und heilung letzte viole okay immer schön angreifen schaden über zeit ist doch das größte was es gibt du drehst dich um widmest dich einem anderen gegner und in der zeit leidet der zuerst getroffene wunderschön einfach nur beide knöpfe gleichzeitig drücken noch geschickt dem geschoss ausgewichen ha 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 ah ich wusste so viel pergament von mich immer schön den schaden pushen hatte ich vorhin nicht vier rot what oder bin ich die ganze zeit blind auf der optik fluch ist der müll du kannst bleiben wo du bist dankeschön ja 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 nein ich gehe in die grabkammer und hoffe dass ich darüber dann in die kaverne komme denn das ist das ziel krähen schwingen wow und das ist komplett neu oder was eintreffer und du bist tot okay what okay ich muss noch den nächsten run ansetzen aber ich investiere lieber erstmal in die Krähenfüße das klingt nice los bloß naja das Geld geht zu Ende gerade jetzt kommt doch ein Boss da kann ich doch den äh ne ne so rum ja ne oder verkaufen 850 Gucksack habe ich eh nicht re-rollen aber was würde ich da nehmen Krähenfüße würden bleiben Vernetzung würde raus vielleicht was Farbloses Exekution wenn es wirklich eng wird ja 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 das mache ich farblose power keine Gnade keine Gnade Krähenfüße und die Hoffnung dass das immer noch wirkt auch mit kunais oh das war dieses fucking Lichtlevel wieso mache ich das immer wieder wieso merke ich mir nicht einfach dass dieses Level der absolute Hass ist okay einfach durch es heißt einfach durch so hier kann ich warten muss ich meine Mobilität Skills oh schönes Ding Serenade oder nicht ne würde mir gerade im D-Level natürlich sehr viel helfen macht aber nur 750 FPS vergiftet aber den Gegner würde mein Sturmangriff pushen also gerade in dem Level bin ich drauf und dran das wirklich zu nutzen obwohl ich rot nur 2 hab verkaufe es tut so weh so Licht tanken okay Schnelligkeit Spam und alles was sonst so geht okay nach links und nach rechts ich geh erstmal hier lang nee 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 du bleibst nur wer du bist so und jetzt zurück Licht tanken das darf ich nie vergessen ich darf das nicht vergessen Licht jetzt kommt der zum einmal wieder so nochmal Licht bevor es kaputt geht wo ich brauche Licht wo ist hier Licht hier ist Licht okay hier ist Licht immer mit der Ruhe ich hab noch genügend Tränke es kann aber schnell vorbei sein sicher ist sicher häufig nehm ich einfach keine Tränke die Exekution ist der Shit ok Schlüssel Nummer 1 so wo muss ich jetzt lang nach unten alles klar konzentriert bleiben konzentriert bleiben ok ok Medizin oh ich wollte ausweichen ok ok nehme ich doch gleich mit ah falsche Höhe ok Licht ok ich verstehe so war ja noch Licht da war noch Licht und tanken 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 bis es kaputt geht genug getankt und weiter geht's oha Pergament fast vergessen weiter maximaler Schaden ich brauche Licht ja sehr schön ok nach oben und nach unten sonst hab ich alles uh schönes Ding ähm hier ist das jetzt schon mehr oh ja das ist schon mehr aber kostet leider zu viel ok also nächster nächster Plan wir sparen auf stärkere Version unseres momentanen Equipments ah 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 Licht unten ist Pergament das wird zuerst geholt nein 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 so umschauen da port ich mich rüber dann nehme ich erst den Port weil ich denke mal der Port ist ähm nicht final und bringt mich wieder zurück oh du scheiß Teil dieses Flüstern im Hintergrund hopp hopp oh was 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 trifft oh oh gleich nochmal Mann machst du Schaden Kollege ok ich muss jetzt extremst vorsichtig sein extremst ähm da ging es aber nochmal nach oben scheint doch final zu sein ok jetzt gar keine Fehler mehr ich hoffe das ist jetzt eine Sackrasse ah ist es nicht Elite Gegner nö bleib du mal wo du bist komm noch hier hin ich bin ja nicht blöd ok ok ich brauche Licht wo machen wir Licht hier ok das wird eine lange Passage dann gehe ich da nach oben ok da ist der Ausgang da unten ist noch ein Teleport und ein Shop gehe ich da erstmal hin ich wäre aus diesem Level eigentlich so schnell wie möglich raus aber ich brauche die Pergamentrollen ich brauche die Pergamentrollen deswegen gehe ich erst nur den Weg ok das wird knapp Schwein gehabt ok Exekution für alle ok Licht 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 ah Shopmeister wieso bekomme ich denn keine Gesundheit oder Fiorinaufladung oder so ein Spaß oh mein Freund ok das ist erledigt jetzt kommt der große große Run zum Schluss noch eine Viole und los und los und los letztes Licht letztes Licht und los und los und los und maximale Gesundheit nutzen 38 und Licht ok ah ich fall runter ich will mir natürlich das Schild wohin um verkaufen uh shit goldene Schild uh wieder was Neues schön Vampirismus so und jetzt aber ok 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 letzte Viole letzte Viole aber ich bin gleich am Ziel ich bin gleich am Ziel noch ein Gegner ja aber da habe ich mich mit der Kaverne wohl verschätzt Turmuhr Menschenskinder wo war denn die Kaverne ich bin alle alle Maps in denen ich dachte dass ich da reinkomme einmal schlummerndes Heiligtum dann vergessene Grabkammer ah ich komme über die Schreineruine da rein oder jetzt fällt es dir ein ok 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 Kränschwing ähm könnte eine coole Kombi sein Vampirismus aber erstmal investiere ich jetzt hier rein ah 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 nice oh oh das mit Kunai und Eis wie lange what net ok ok hält lange an wow 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 plus erzeugt nach Ablauf eine Giftwolke und danach wird fett der Sturmangriff reingehauen sehr schön ok jetzt muss ich nur noch dich auf Gift kriegen oder schade so wie viele Level haben wir denn noch vor uns 1 2 und dann der Boss da würde ich sagen wir machen heute erstmal Schluss und machen für das nächste äh für den nächsten Lauf nochmal die letzten 3 Level oder 4 Turmuhr obwohl das ist nur der Boss komm den Boss den Boss legen wir den Boss legen wir noch schön zum Schluss dass wir mal die Kränenflügel im Einsatz sehen mach dich bereit mach dich bereit ja oh oh shit ok ausweichen ja ja immer mit der Ruhe exekutiert ich hab nicht gecheckt dass ich die Kränenflügel mit dem A9 drücken ja Taste ähm wieder ausmache bogen ok das ist natürlich auch nicht verkehrt das ist natürlich nicht verkehrt aber ich hab jetzt schon die Kombo und nehm dich einfach in den Rucksack seht ihr wenn ich nochmal drauf drücke kann ich zwar die Giftwolke eher spawn aber kann dann halt die Dauer nicht nutzen und da war ich gerade so verwirrt von weil ich auch das Gefühl hatte dass ich das gemacht habe und dann aber immer noch keine Uplinkzeit hatte dann nochmal nutzen konnte äh na 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 und ich wollte rollen aber da kann ich dashen oh das ist ja Jindu Jun Power da könnte ich ja ein Dragon Ball Build machen ui ui ok Dragon Ball Build Dragon Ball Build yeah das ist so nice so Leute dann machen wir in der nächsten Folge die letzten drei Level und hoffen den Boss endlich mal zu legen auf dem Kanal den hatte ich zwar schon einmal geschafft aber offline was shit aus Versehen zu schnell gedrückt zu sehr ok gegen vergiftetes Ziel heißt ich muss die immer nutzen ah obwohl ich habe ja mit dem Medaillon Vergiftung das haut ja auch hin aber die Verblutung äh Verblutung die Blutung war schon gut bedäubtes Ziel es ist halt die Frage nehme ich jetzt als nächstes für den Run den Bogen aber ich habe Naruto noch nie mit dem Bogen kämpfen sehen ok mit Eissplit dann auch nicht ja es ist ein Einwand aber hat für mich mehr von Ninjutsu ähm als einen Bogen zu benutzen obwohl ich doch ah ne ne pass auf pass auf pass auf ich nehme den Bogen denn nur einen Grund gibt es dafür unsere Fähigkeit auf kurze Entfernung aber den kann ich nicht so spammen das muss ich nochmal ja durch ich weiß du bist zu ähm Rucksack bäm bäm so so kann ich maximal damit schießen aber der Eisbogen friert halt ein und das Auftauen hält zweimal so lange der Verlangsamungseffekt beim Auftauen ist schon Blutung also hau ich den Eisbogen rein und hau dann mit Kuhnals hinterher ok 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 mach ich erstmal so probiere ich vor dem nächsten Run auf jeden Fall ähm ne du bist gemeint so Leute dann geht es in der nächsten Folge auf in eins dieser Dinger die Brennerei ist wahnsinnig hart ich würde sagen am epischsten wird sich ja wohl für den Boss den Thronsaal Leuchtturm wie häufig war ich da schon drin Leuchtturm ist mit den blauen Fackeln ist das was was Neues da bin ich doch auch schon mal rein oder so lege nämlich gerade wo ich der Glockenturm war wo die mehreren Gegner auf mich zukamen ok entscheide ich in der nächsten Runde Leute vielen Dank für das Zuschauen Naruto's One geht in eine weitere Runde und das mit der Power des Eisbogens des Kunais der übermäßig geilen Grenflügel und des Sturmangriffs wenn das kein Ninja Bild ist dann weiß ich auch nicht schaltet ein bei der nächsten Folge wir sehen uns bis dahin und ciao